Wir sind der kreative Teil der Regionalmedien. Wir planen die Zeitung, die jede Woche in den Postkästen unserer Leser landet. Aber wir sind mehr als eine Zeitung. Wir sind ständig im Austausch mit unseren Lesern und Kunden und gestalten das Leben in der Region mit. Wir veranstalten coole Events, Grüffeste für ganze Nachbarschaften oder stellen Bänke auf Lieblingsplatz erläuft. Die News kommen bei uns nicht nur gedruckt, wir kümmern uns auch um den Social Media Auftritt der Regionalmedien. Wir haben auch grafisch was drauf und erstellen Inserate für unsere Kunden. Man muss auch nicht von Anfang an alles kennen. In unserem Medienhaus sind wir österreichweit gut vernetzt und haben auch eine eigene Akademie, in der auch Quereinsteiger alles lernen können. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Hologramme haben wir noch keine. Stimmt, aber ich bin jetzt echt schon eine Zeitung in unserem Unternehmen und wir haben uns ständig weiterentwickelt und wer weiß, wo es noch kommt. Von nur einer Zeitung haben wir uns zum regionalen Medienhaus entwickelt, in dem wir die verschiedensten Produkte unseren Kunden anbieten, Inhalte auf verschiedensten Plattformen bieten und versuchen, das Leben der Menschen in der Region zu verbessern. Unser Job ist genial. Regional.